Das war früher ein Treffpunkt für die örtliche Bourgeoisie. Heutzutage ist es ein anderes Business. Deine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass die Kunden und die Mädchen hier auch nicht gestört werden bei ihrer Arbeit. Das erspart in der Zukunft viel Ärger. Was habt ihr getan? Verzeih mir, aber jetzt fragt die Vergeltung. Das ist ein Gefängnis. Wir werden es in die Luft jagen. Was für eine Scheiße hast du mich da nur reingezogen? Was hast du denn erwartet, dass das hier ein Spaziergang wird? Mit ein paar Nutten und viel Alkohol? Was für ein Spaziergang ist, dass das hier ein Spaziergang ist. Was für ein Spaziergang ist, dass das hier ein Spaziergang ist. Was für ein Spaziergang ist, dass das hier ein Spaziergang ist. Was für ein Spaziergang ist, dass das hier ein Spaziergang ist. Was für ein Spaziergang ist, dass das hier ein Spaziergang ist. Was für ein Spaziergang ist, dass das hier ein Spaziergang ist. Was für ein Spaziergang ist, dass das hier ein Spaziergang ist. Untertitelung des ZDF, 2020